Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Wir sind hier auf Schloss Sigmundskron und normalerweise zeigen wir an dieser Stelle ein kurzes Porträt des Gastes der aktuellen Sendung. Aber das muss diesmal leider entfallen, denn diesen Mann braucht man eigentlich nicht vorzustellen. Laut einem Südtiroler Wochenmagazin hat er längst Legenden-Status erreicht. Herzlich willkommen, Reinhold Messner. Guten Abend. Wir duzen uns, Reinhold, weil wir uns schon eine Weile kennen. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Hier sind wir im Büro meiner Tochter, Magdalena, die das Museum führt. Und das ist im obersten Stock eines Turms, gleich hinterm Eingang von Schloss Sigmundskron. Ist das eine schwierige Zeit im Moment für dich und auch für Magdalena? Also im Moment funktioniert es brauchbar, also natürlich nicht gut wie in anderen Jahren. Aber wir hatten immerhin drei Monate geschlossen und das ist ein großer Verlust. Denn bei uns laufen die Spesen ganz normal weiter und wenn keinerlei Einnahmen sind, kommt ein Museum dann früher oder später in Bedrängnis. Normalerweise sprechen wir in Privat über das Leben interessanter Persönlichkeiten, über deren Lebenserfahrungen, wichtige Entscheidungen, Mühen, Trauriges, Schönes, Fröhliches, wie auch immer. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was ich mit dir besprechen kann in einer halben Stunde. Und wenn es dir recht ist, dann sprechen wir über Reinhold Messner, den Einzelgänger. Bist du ein Einzelgänger? Ich bin im Grunde nicht der geborene Einzelgänger, aber ich habe gelernt, mit mir selber zurecht zu kommen. Was nicht einfach ist. Das war die Voraussetzung, um auch diese Grenzgänge im Alleingang machen zu können. Also ich habe zum Beispiel beim Nangababat war das erste Ziel, den Berg allein zu besteigen, in der Summe fünf Jahre gebraucht, bis ich die seelische Sicherheit hatte, also auch die Ausdauer hatte, mit mir allein in einer riesigen Wand zurecht zu kommen. Wenn ich einen Partner habe oder eine Partnerin kann ich teilen. Ich kann Ängste teilen, Zweifel teilen. Ich kann natürlich auch Freuden teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteilte Angst ist halbe Angst. Aber wenn ich allein bin, muss ich das alles selber ertragen. Und das hat mit dem Ertragen zu tun. Das ganze Hödenbergsteigen ist mehr ein Spiel der Leiden als eine Rekordhascherei. Und das Alleinsein ist sozusagen die größte Exposition, die man dabei seinem Abenteuer beimischen kann. Das heißt, man muss aushalten, allein sein zu können. Richtig. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen mit anderen sein. Wir fühlen uns mit anderen sicherer. Deswegen ist es auch viel leichter, im Gänsemarsch auf einen Berg hinauf zu steigen, als das allein zu tun. Wenn ich im Gänsemarsch mittendrin steige, weiß ich, hinter mir sind 50, vor mir sind 30. Also wenn die keine Angst haben, wenn die zurechtkommen, dann können wir alle zurechtkommen. Die Menschheit ist wahrscheinlich nicht nur, weil der Selbsterhaltungstrieb und der Sexualtrieb die Menschen zusammengebracht hat, zum Überleben fähig gewesen. Wären wir als Einzelne, da einer in Afrika, einer in Australien zum Leben gekommen, dann wären wir gestorben. Wir wären einfach nicht zu dieser Spezies emporgewachsen. Inzwischen sind wir etwas viele mit 8 Milliarden, aber die Menschen suchen alle die Ballungszentren. Die Peripherie wird schon langsam vernachlässigt und außen vor gelassen. Erdentrieb. Aber als Egoist würdest du dich nicht bezeichnen? Nein, nein, ich stehe eindeutig zum Ego. Die Bergsteigerei, wie ich sie betrieben habe und sie auch von anderen betrieben wird, ist egoistisch. Da gibt es gar keinen Zweifel. Also und zwar ein radikaler Egoismus, sonst kann man das nicht machen. Es ist auch den Angehörigen gegenüber, den Kindern, den Frauen, den Partnern, Also deiner Familie gegenüber. Auch der Mutter gegenüber oder den Eltern gegenüber, den Brüdern gegenüber nicht zu verantworten. Es ist auch nicht zu verteidigen. Deswegen muss es nicht verboten werden. Aber jeder Mensch muss das wissen oder lernt es im Laufe der Zeit, wenn er das mit Intensität und mit Vehemenz tut. Also wenn jemand nur ab und zu am Sonntag auf den Tag steigt, ist das ein schönes Hobby. Aber das ist nicht Profibergsteigen oder extremes Grenzgehen, wie ich es betrieben habe. Wollen wir es an einem Beispiel ein bisschen vertiefen. Es ist ziemlich genau 40 Jahre her. Da standst du alleine am Mount Everest, Free Solo sozusagen, über die Nordroute. In Wikipedia steht, wobei er oberhalb des Nordsattels in der Nordwand des Norton Couloirs querte und eine Steilschlucht als erster bis zum Gipfel durchstieg. Von Tibet aus, ganz alleine. Ist richtig. Ich war von Tibet aus. Ich war das erste Mal zwei Jahre vorher mit Peter Haber am Everest. Wir haben da getestet, ob man den Berg auch ohne Maske besteigen kann. Was damals zur Sensation wurde, weil die Medizin und die Physiologie der Meinung war, das ist nicht möglich. Und das war eine Voraussetzung, um den Everest dann allein besteigen zu können. Denn hätte ich auf Sauerstoffgeräte zurückgreifen müssen, hätte ich allein 50 kg Sauerstoffausrüstung gebraucht. Das kann ich allein nicht transportieren. Da brauche ich Träger, Sherpa. Und dann bin ich nicht mehr allein, sondern dann bin ich in der Gruppe unterwegs. Also die erste Voraussetzung war die Erfahrung, es geht auch ohne Maske. Dann musste ich lernen, mit mir selber zurecht zu kommen. Das hatte ich schon versucht und war gescheitert. Und bin wenig nach dem Everest zum Nangabarbad gegangen, den ich schon bestiegen hatte. Vor genau 50 Jahren heuer. Ich finde das auch die wichtigere Zahl. Vor 50 Jahren Nangabarbad über die Opalwand als Mount Everest im Alleingang. Und habe es geschafft, den Nangabarbad allein zu besteigen. Und mit diesen beiden Erfahrungen als Knowledge, also in Englisch als tiefe Erfahrung, als Know-how, als richtiges Know-how, aber Know-how, das nicht nur in Zahlen ausgedrückt wird, sondern mit Emotionen ausgedrückt wird, hatte ich theoretisch die Möglichkeit, auch den Everest allein zu besteigen und habe das dann versucht. Habe es in der Monsun-Zeit versucht, da ist es nicht so kalt, allerdings schneit es dann mehr. Und bin, nachdem ich das erste Mal von Süden hochgestiegen war und den unteren Teil der Südroute für gefährlich halte, die ist sehr gefährlich, habe ich die Nordseite gewählt, habe es auch nicht einfach gehabt. Aber immer den schwierigeren Weg. Immer das Verschieben des Möglichen Richtung unmöglich. Richtig, aber das ist generell... Aber warum, Reinhold, warum? Das Bergsteigen lebt davon. Das Bergsteigen lebt davon, dass junge Generationen kommen, immer wieder, die das, was die Alten als unmöglich angesehen haben oder auch deklariert haben, möglich zu machen. Viele Routen, die ich angeschaut hatte und den Kopf geschüttelt habe und gesagt, das geht nicht, hat die nächste Generation dann möglich gemacht. Mein Sohn hat jetzt in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Kletterrouten, die ich in einem Skizzenbuch, in einem Planbuch aufgezeichnet hatte, aufgegriffen und alle hintereinander gemacht. Heute klettern die Jungen viel besser als wir. Sie haben auch andere Schuhe. Sie haben andere Sicherungsmöglichkeiten. Sie trainieren auch anders und mehr. Und die Spitzenbergsteiger beziehungsweise die historisch bleibenden Bergsteiger oder Abenteurer waren eben jene, die in ihrer Zeit, in ihrer Generation... Grenzen verschoben haben. Das sind 15 Jahre maximal, die die Grenzen verschoben haben. Noch mal zurück zu dir. Du warst als Lehrer tätig. Du bist, ich glaube, es war 1995, oder? Wie du von der Schlossbauer gestürzt bist. Richtig, 1995. Komm da nicht irgendwann mal Zweifel auf, zu sagen, erst die Entscheidung, ich mache jetzt nicht mehr den Lehrer, sondern ich mache Abenteurer. Und ich tue auch nicht mehr nur in den Dolomiten klettern oder in Europa, sondern ich widme mich einer anderen Disziplin. Und dann passiert dir so ein Missgeschick, viele Jahre danach natürlich. Wenn du Zweifel hast, was machst du dann? Also, ich habe nur einmal einen großen Zweifel gehabt. Das war vor gut 50 Jahren, nachdem ich die Zehen amputiert bekommen hatte, nach der Nanga-Baba-Tragödie. Nachdem mein Bruder verstorben war am Nanga-Baba in einer Lawine, haben natürlich alle meine Freunde, die Mitschüler, die Brüder, die Schwester, die Eltern gedrängt, jetzt lass das, das ist einfach tödlich. Jetzt haben wir schon ein Kind verloren, also mindestens du bist heimgekommen, also mach dein Studium fertig. Ich war ja nur Hilfslehrer in dieser Zeit, als man in Südtirol umstellte von der 8-jährigen Volksschule in Volksschule plus Mittelschule. Da fehlten Tausende von Lehrern und jeder, der irgendwo studiert hat, hat einen Job gekriegt, hat Lehrer gemacht. Ich habe das mit Freuden gemacht, weil in der Familie der Vater Lehrer war, mein ältester Bruder ist ausgebildeter Pädagoge, also war Professor in der Schweiz. Und war klar, das mache ich nur mal notwendigerweise, auch um überleben zu können. Und dann kam eben diese Möglichkeit, in die Anden zu reisen, dann zum Nanga-Baba zu reisen. Dort hatten mein Bruder und ich schon Pläne gemacht über unsere Nanga-Baba-Expedition hinaus. Und nachher war er nicht mehr da und ich musste jetzt wirklich entscheiden, bei meinem Abenteuer zu bleiben oder ein bürgerliches Leben zu ergreifen. Aber dann entscheidest du und dann ziehst du es durch. Widerstand, egal. Also es gibt keinen Zweifel im Grunde. Nein, ich habe schon gezweifelt. Aber ich habe mich dann entschieden, ich habe nochmals unterrichtet, um überhaupt wieder so viel Geld zu haben, dass ich anfangen konnte. Ich hatte ja kein Geld mehr. Ich hatte das auch in die Expedition gesteckt. Wir mussten ja etwas mitfinanzieren bei dieser teuren Nanga-Baba-Expedition 70. Aber ich habe dann wirklich entschieden, Felsklettern kann ich nicht mehr so gut. Ich bleibe beim Höhenbergsteigen, das ich ja gerade erst erfahren hatte. Und bin dann ein Spezialist im Höhenbergsteigen geworden. Und durch diese Entscheidung, vom Felsklettern zum Höhenbergsteigen zu kommen, das Ganze noch radikaler zu betreiben als vorher, habe ich gelernt, in meinem Leben immer wieder umzusteigen. Immer wenn ich am Ende oder am oberen Rand meiner Möglichkeiten war. Mit den Felsklettern hat es mich gezwungen, also meine Biografie hat mich gezwungen, um etwas anderes zu machen. Aber dann habe ich das immer freiwillig gemacht. Als ich die Achttausender fertig machte, schon vorher, habe ich entschieden, nachher gehe ich in die großen Sand- und Eislüsten. Und ich hatte mich mit dem letzten Achttausender von meinem eigenen Anspruch, diese Berge alle zu besteigen, befreit gelöst und habe etwas anderes gemacht. Und jetzt beginne ich mit der Final Expedition, wenn sie überhaupt auf die Beine zu stellen ist nach dieser Pandemie. Sie hätte ja schon angefangen, wenn es diese Krise Corona nicht gegeben hätte. Jetzt stehe ich am Beginn des achten Lebens. Ich hatte es früher auf sieben angelegt, wie die Katzen, aber inzwischen habe ich doch entschieden, mir geht es gut. Ich habe eine junge Freundin, ich bin voller Lebensenergie und bin auch im richtigen Alter, um sozusagen zurückzuschauen und das weiterzugeben, was mein Erbe ist. Das ist das Know-how über das traditionelle Bergsteil. Aber nochmal zurück zu der Schlossmauer. Du kommst von einem Abend heim mit Freunden, hattest vielleicht ein bisschen viel Wein getrunken und den Schlüssel vergessen oder verloren, ich weiß es nicht genau, und bist über die Schlossmauer geklettert und abgestürzt auf einen stufigen oder treppenähnlichen Boden und hast dir das Fersenbein gebrochen. Richtig. Und warst an ein Bett gebunden. Lange Zeit. Hast dann deiner damaligen Lebensgefährtin oder Frau gesagt, sie sollte was zum Schreiben bringen und hast einfach Bücher geschrieben. Ich habe ein Buch angefangen. Wie jetzt in der Pandemie. Ja, aber da zweifelt man doch irgendwann mal an sich selbst. Nie. Nein, also ich bin da runtergefallen. Wir haben, Günther Jauch und ich zusammen, mit den Familien, also mit jeweils den Familien, eine Flasche Wein getrunken. Also das ist wirklich keine Aufregung. Aber immerhin pro Kopf hat es vielleicht zwei Gläser gereicht. Und ich bin dann nach Hause gefahren und der Schlüssel war wirklich nicht dort, wo er sein hätte sollten. Ich bin auch nicht sofort über die Mauer gestiegen. Es war dunkel, es hat geregnet, es war stockdunkle Nacht, sondern ich bin dort hingegangen, wo ich den Schlüssel vermutet habe. Sogar hingefahren, aber nur ein paar Minuten. Dieser Koch, der den Schlüssel hatte, der bei uns im Schloss in einem Nebengebäude gewohnt hat, war weggerufen worden von einem Freund, weil der sich verbrannt hatte. Da musste er aushelfen. Dorthin konnte ich gar nicht fahren und dann bin ich zurück und habe zu meinen Leuten gesagt, also ich kann übersteigen. Ich bin schon öfters über die Mauer gestiegen. Bis dahin nur bei Tag. Nun galt es bei Nacht rüber zu klettern. Außen hoch kam ich leicht, das waren sechs Meter. Innen herunter waren vielleicht acht Meter. Und das ist schwieriges Gelände, das ist nicht ganz einfach. Das Problem war, dass ich nicht gedacht habe, was passiert, wenn ich rutsche. Und ich bin aus einem regenlassen Griff gerutscht, bin gefallen und konnte nicht sehen, wohin ich falle. Und bin mit einem Fuß zuerst aufgekommen, natürlich steif aufgekommen, konnte nicht reagieren. Jedes Fersenbein wäre gebrochen. Es war schwierig, mich überhaupt in die Klinik zu bringen. Am nächsten Tag war mein Bruder... Keiner wollte dich operieren, habe ich in Erinnerung. Der Dr. Waldner, ein ganz junger Arzt, damals hat das auf sich genommen. Hat das großartig gemacht, sonst hätte ich nie mehr die weiteren Reisen machen können. Ich bin invalide, aber ich habe nie die Invalidität angemeldet. Ich könnte sonst irgendwo billiger parken, einfacher parken. Aber mein Bruder, der Hubert, der Arzt, der jetzt sein Leben beschrieben hat in einem netten Buch, kam in die Klinik, schaute das an und sagte, wenn du Pech hast, kannst du nie mehr richtig gehen. So war's. Und dann habe ich meine Frau angerufen und habe ihr gesagt, also bring mir aus der Schublade X die Unterlagen für ein Buch, das ich geplant hatte. Und das habe ich in der Klinik geschrieben. Wie jetzt in München, bei der Pandemie, habe ich mich entschieden, ein Thema aufzugreifen, das ich ad acta gelegt habe. Du beschäftigst dich also sofort mit etwas anderem. Längst den Fokus auf etwas anderes. Zweifelst nicht, sondern entscheidest. Aber du scheiterst ja auch. Ist dann das Scheitern, weil in dem Fall, das muss sich doch wie ein Scheitern anfühlen, oder nicht? Ich meine, der erfolgreichste Bergsteiger aller Zeiten fällt von der Schlossmauer und kann vielleicht sein Legenlamm nicht mehr gehen. Da müssen einem doch Zweifel kommen. Also in dieser Zeit war ich nicht mehr der Bergsteiger oder Abenteurer. In dieser Zeit begann ich schon meine Museumsarbeit und auch die politische Möglichkeit stand im Raum. Also das war im Grunde für mich nicht so einschneidend, wie es nach außen hin scheint. Egoismus, darüber haben wir gesprochen. Wir haben über das Scheitern gesprochen, über das Zweifeln. Jetzt kommt noch etwas hinzu. Man muss zu seiner Meinung stehen und diese auch klar und deutlich konsequent oder kohärent verteidigen. Ist das auch ein Zug, der Reinhold Messner erfolgreich macht oder gemacht hat? Also ich habe eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und in diese Glaubwürdigkeit wurde versucht, mindestens anzutasten oder auch kaputt zu machen mit dieser Nanga-Babat-Tragödie, beziehungsweise nicht mit der Tragödie, die war passiert, sondern mit dieser Verschwörungstheorie, die dann verbreitet wurde. Aber das ist nicht gelungen. Weil die Leute wissen, dass ich das, was ich sage, auch tue. Deswegen war es für mich so schwierig, fünf Jahre lang mit dem Vielleicht von Sigmundskron zu leben. Ich hatte erzählt und veröffentlicht, ich werde versuchen, ein mehrschichtiges Bergmuseum auf die Beine zu stellen, immer mit der Voraussetzung, ich kann Sigmundskron für dieses Museum nutzen. Das wurde aber ewig lang hin und her geschoben. Geht es? Geht es nicht? Da wurden uns Fehler unterstellt und dort wurde behauptet, das wird nie passieren aus vielen Gründen. Alle diese Gründe durften ohne weiteres vorgebracht werden. Aber damit habe ich natürlich auch viel Häme auf mich gezogen, weil es dann hieß, sagt er, er macht ein großes Bergmuseum in Sigmundskron, darf er gar nicht machen und so weiter. Und das hat mir natürlich auch weh getan. Aber heute fahre ich mit großer Freude bei der Autobahn aus und schaue auf Sigmundskron, weil ich hier gegen alle Widerstände mich durchgesetzt habe. Und am Ende habe ich fast alle Projekte, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, auch durchgesetzt. Und man muss sich wahrscheinlich auch gut verkaufen können, oder? Was heißt das überhaupt? Für mich heißt das, dass man den richtigen Moment erwischen muss, um die richtige Botschaft über das richtige Medium zu senden. Dann bleibt man attraktiv, dann bleibt man am Markt, dann wird man gesucht. Also ich sehe das genau umgekehrt. Also ich bin kein guter Verkäufer, das unterstellt man mir. Ich bin kein genialer PR-Fachmann, sondern ich bin ein Erzähler. Und meine Kraft ist das Storytelling. Ich erzähle Geschichten. Und ich erzähle Geschichten so, dass sie verstanden werden von Jedermann, auch von jenen, die nicht mehr besteigen können als einen Barhocker. Und die Geschichten sind kohärent, glaube ich mindestens. Und das ist mein Erfolg. Ich versuche nochmal so ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Der Einzelgänger, haben wir besprochen, Egoismus, vielleicht Marketinggenie oder nicht. Du sagst, du kannst dich nicht so gut verkaufen. Dann war das Scheitern und es war die Leidensfähigkeit. Also man muss sich selber aushalten können. Aber manchmal ist dir das vielleicht auch nicht so gut gelungen. Vor allem, wenn es ums Zwischenmenschliche geht. Oder hast du das in deinen Beziehungen zu Frauen nicht geschafft, diesen Sprung, dieses Quantum Empathie mitzubringen, dass man auf den anderen eingeht und sagt, der akzeptiert mich, wie ich bin und ich mache das umgekehrt auch. Also ich habe völliges Verständnis für meine Frauen, die ein Problem damit hatten, diesen manischen Messner immer wieder ziehen zu sehen und auch zu vermissen natürlich. Also ich bin ja so viel Weg gegangen und es ist nicht einfach für eine Frau daheim, vor allem wenn sie dann Kinder hat, mit anzusehen, wie der Mann irgendwo im Nordpolarmeer mit Eisbären sich herumschlägt oder in der Wüste Gobi keine Möglichkeit hat, monatelang Kontakt aufzunehmen. Das ist ja zum Teil nicht möglich. Und das muss auch sein. Voll damals nicht, ja. Es war ja auch so, dass ich die Mittel immer wieder eingesetzt habe, am Ende radikal eingesetzt habe, um dieses Museum zu machen. Und damit kam immer wieder die Sorge, was ist denn, wenn das Ganze nicht funktioniert, wirtschaftlich gesehen. Wenn man die Pandemie vorausgesehen hätte, dann hätte ich im Grunde vor 20 Jahren sagen müssen, ein Museum dieser Art ist wirtschaftlich unter Umständen ein Todesurteil. Natürlich stirbt man nicht daran, wenn man jetzt da Pleite macht. Aber dann würde meine Familie mit Schwierigkeiten in die Zukunft gesehen haben, weil ich ja kein anderes Einkommen hatte als das, was ich ausgegeben habe, um das auf die Beine zu stellen. Ich habe immer wieder alles eingesetzt, Zeit, Begeisterung, Mittel, um meine Träume zu verwirklichen. Und die Frauen haben zum Teil mitgeholfen, großartig mitgeholfen oder zugeschaut. Und das ist nicht so einfach. Oder sie waren einfach von deinem Rhythmus und von der Energie, die du da an den Tag legst und vielleicht auch ein bisschen von deinem Egoismus überfordert? Kann ruhig sein. Das bestreite ich nicht. Ich habe am Beginn gesagt, ich stehe zu meinem Egoismus und tue es auch heute noch. Allerdings, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht egoistisch wäre. Denn der Selbsterhaltungstrieb, den wir haben, ist der stärkste Trieb, den alle Menschen haben. Wir haben auch Empathie in uns, vor allem für die nächsten Familienmitglieder, für den Clan und so weiter. Aber der Selbsterhaltungstrieb ist auch die Basis, dass die Menschheit überlebt. Ich habe ihn vielleicht in ausgeprägterer Form auch damit bewiesen, dass ich es bisher überlebt habe und immer wieder zurückgekommen bin. Ob das in Zukunft so sein wird, wissen wir nicht. Aber ich werde mich bemühen, ganz normal als bürgerlicher Denker im Bett zu sterben und eben nicht den Fehler zu machen, den viele andere gemacht haben, im hohen Alter noch irgendwas draufzusetzen, was man im Grunde nicht mehr kann. Wirklich? Aber den kriege ich auch hier, wenn ich weiter in diesem Rhythmus lebe, wie ich gelebt habe. Aber ich bin schon etwas ruhiger geworden. Und ich sehe ein, dass meine Schnellkraft, meine Geschicklichkeit, meine Gedächtnisfähigkeit schon nachgelassen haben. Ich bin kein Übermensch in ganz keiner Weise. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der aber die Fähigkeit hat, sich mit seinen Zielen hundertprozentig zu identifizieren und seine Ziele Stückchen für Stückchen umzusetzen. Und wenn ich, wie für das Museum, 30 Jahre brauche, das ist eine lange Zeitspanne, da braucht es auch Ausdauer. Es braucht auch die Fähigkeit, einiges zu ertragen. Man braucht eine dicke Haut, aber das kriegt man. Und ich bin inzwischen eben draufgekommen, dass Widerstand mich beflügtet. Ich bin erst zum Flieger gekommen, also fliegen im Sinne von über das, was vielleicht allgemein nicht möglich ist, hinauszukommen, weil ich so viele Widerstände gefunden habe im Leben. Das heißt, das ist Reibung oder wenn es, der Tiroler tut sich härter, leichter, sagt man. Ja, allein schon Berge anzugehen, eine senkrechte Dolomitenwand anzugehen, heißt einen Widerstand zu überwinden. Den Himalaya anzugehen, heißt den Himalaya überwinden. Und das ist meine Kunst geworden. Letztes Thema dieses Gesprächs, Reinhold, Einsamkeit. Wann ist Reinhold Messner einsam? Also ich kann mir vorstellen, dass man in der ein oder anderen Situation, Schneehaufen, wo man versucht zu überleben, weil man sonst erfrieren würde aufgrund des Windes oder anderer Einflüsse, da muss man ausharren stundenlang. Ich denke mir vielleicht auch tagelang. Da ist man dann einsam, oder? Also ich bin draufgekommen, dass wir Menschen in der Einsamkeit viel größere Probleme haben als in Partnerschaft. Als ich in den Dolomiten versucht habe, ganz große Erstbegehungen zu machen, allein, wo ich hätte bivakieren müssen. Ich konnte das nicht. Ich habe die schwierigsten Alleinbegehungen der damaligen Zeit gemacht, die schwierigste Felsdur in Dolomiten, die schwierigste Eisdur in Chamonix. Aber immer so, dass ich erst aufgebrochen bin, als es hell war, nicht bei absoluter Dunkelheit. Und wenn ich wusste, ich schaffe es, am gleichen Tag zurück auf die Hütte oder ins Tal. Wenn ich Angst hatte, bivakieren zu müssen, bin ich gar nicht eingestiegen. Ich habe nur eine Alleinbegehung gemacht mit einem Biwak. Das ahnte ich, bin am Nachmittag eingestiegen, um die Nacht möglichst kurz zu halten, die Dunkelheit, das Alleinsein, um dann am nächsten Tag die Kraft zu haben, weiter zu klettern. Ich brauchte, ich habe das heute schon erwähnt, fünf Jahre lang, bis ich fähig war, einen Achttausender allein zu besteigen. Und wirklich allein bestiegen sind ganz wenige große Berge worden. Natürlich, wenn am Tag vorher Leute oben waren und wenn eine Spur da ist, ist das was anderes, ist es nicht ein reiner Alleingang. Allein heißt, du bist vom Basislager bis zum Gipfel ganz auf dich selbst gestellt. Wir Menschen sind nicht mutig, wenn es dunkel wird, das heißt, wir haben größere Sorgen. Die Vorstellung, dass nur kleine Kinder im Keller, im dunklen Keller Angst haben, ist eine falsche Vorstellung, weil wir Menschen sind auch bedroht worden im Laufe unserer Geschichte, wie die Schafe jetzt vom Wolf. Und die Schafe spüren das, wenn der Wolf in die Herde kommt. Und das Chaos, das ausgelöst wird, die Hektik, die ausgelöst wird, ist Teil der Schwäche der Schafe. Die Schafe können einen Wolf natürlich nicht angehen und vor allem nicht drei Wölfe angehen, wenn die Rudel auftauchen. Aber es kämen viel weniger um, wenn die Schafe rückblieben und sich richtig verhalten würden. Nein, das tun wir nicht. Wir alle haben Angst, dass wir im Dunkeln von Feinden angegriffen werden und uns nicht wehren können. Heißt das auch, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das Einzige, wovor Reinhold Messner Angst hat, ist Einsamkeit? Nein, ich habe es gelernt, mit der Einsamkeit zurecht zu kommen. Auch im übertragenen Sinn in deinem Beziehungsleben oder im Alltag. Wenn du abends nach Hause kommst, du ziehst Aufmerksamkeit auf dich und du ziehst wahrscheinlich aus dieser Aufmerksamkeit auch Energie ab. Richtig. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass du nur schwer einsam oder allein sein kannst. Nein, das ist nicht so. Als ich erstmals Vorträge vor 15.000 Leuten gehalten habe, im Mailand, im großen Stadion, habe ich verstanden, was es für die Redner im Dritten Reich, Goebbels, der Führer selber, also das darf jetzt ja nicht als Lob verstanden werden, empfunden haben. Das lässt Flügel wachsen, das trägt. Man kriegt von all diesen Leuten Energie, man kriegt von diesen Anerkennung. Das ist leider so. Und das verführt, das verführt zu gefährlichen Gebärden oder Aussagen. Das ist eine Aussage. Aber ich habe gelernt durch das Alleinsein, ich bin allein durch die Gobi gegangen, ich bin allein auf den Nagrababert, auf den Everest gestiegen, mit mir selber zurecht zu kommen. Ich bin vor zwei Jahren gezwungenermaßen in eine Alleinsein-Situation geschleudert worden und habe es staunenderweise sehr angenehm empfunden. Also ich könnte von heute bis zum Lebensende auch allein sein, wenn ich nicht zerbrechlich würde oder gebrechlich würde oder krank würde oder dement würde. Damit müssen wir alle rechnen, das haben wir nicht im Griff. Und ich möchte nicht im Alter in irgendeiner Klinik oder in einem Altersheim dahinsiechen. Also ich werde mich nicht umbringen, wenn das passiert. Aber ich hätte dann gerne, dass jemand sich um mich kümmert. Und ich möchte in meinem Leben mindestens eine Gefühlssituation haben, dass ich, nachdem ich andere Leute aufgefangen habe, und zwar wenn ich meine Charity-Arbeit im Himalaya sehe zu Hunderten oder sogar zu Tausenden, dass man auch mich auffängt, wenn ich dann langsam dem letzten Alter entgegengehe. Denn das Alter wird für uns alle früher oder später ein Massaker. Umso länger wir es schaffen, umso schlimmer wird es. Die einzige Grenze, die wir nicht verschieben können. Die können wir nicht verschieben. Und ich freue mich bereits auf die Nicht-Zeit dahinter oder darüber hinaus. Oder kurz davor. Im Jenseits. Ich glaube, spätestens dann, kurz davor, ist man einsam. So stelle ich es mir vor. Also das ist auch das, was uns Angst macht vor dem Tod, denke ich. Die Einsamkeit, oder? Da bin ich anderer Meinung, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Natürlich, jeder stirbt für sich allein. Der Satz stimmt, das ist ein Buchtitel. Aber ich war ein, zwei Mal, nein, ein paar Mal öfters, ich kann das in meiner Hand abziehen, dem Tod nahe. Und dann kommt ein Einverständnis mit dem Tod. Und das ist eine Befreiung. Da bin ich ganz sicher. Das wird eine Befreiung. Aber eben erst mit dem Nahtoderfahrung. Mit dieser Erfahrung, dass es wirklich zu Ende geht. Dann ist es eine Befreiung und nicht mehr ein Müssen, ein Hängen am Leben. Natürlich hängen wir alle im Leben. Wir möchten sehen, wie unsere Kinder zurechtkommen. Wir möchten sehen, wie unsere Lieben es schaffen, selber langsam. Wir möchten nicht vergessen werden. Wir wissen alle, dass wir vergessen werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Manche wehren sich dagegen, habe ich den Eindruck. Ja, aber das ist auch meine Geschichte. Ich habe 50 Bücher geschrieben. Das ist alles früher oder später dem Untergang geweiht. Das muss auch so sein. Sonst ist ja gar kein Platz da für die nächsten Generationen, die noch lange auf der Erde sein werden. Trotz globaler Erwärmung und trotz Klimakatastrophe. Reinhold, die Zeit ist leider um. Ich könnte noch mindestens eine weitere halbe Stunde mit dir quatschen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bitte schön. Ich wünsche dir von Herzen, dass die Final Expedition so gelingt, wie du es dir vorstellst. Und für alles, was danach kommt, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war privat. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Auf Wiedersehen und machen Sie es gut.